Hallo, da war jetzt schon bei uns in einer weiteren Folge Fortnite Daily Shop News mit mir immer gleich. Jo Leute, wir schauen jetzt mal, was gibt's denn aktuelles. Also jetzt ist das Driftboard tatsächlich endlich da. Das ist endlich im Spiel. Hammergeil, das Teil. Macht riesig Bock, ja. Und schauen wir doch mal kurz, was es hier so für Infos zu gibt. So. Also natürlich nur für eine limitierte Zeit. Du kannst da Tricks machen, du kannst mit dem Ding boosten. Das ist mega, mega geil. Macht auch richtig, richtig Bock. Das Problem ist, manchmal bleibt man irgendwo hängen, dann kommt man halt nicht mehr weiter. Manchmal klein wenig verbuggt, aber ansonsten ist es ziemlich cool. Dann gibt's diesen Limited-Time-Mode Drifted. Also da sind alle mit, oder kannst du mit Driftboards unterwegs sein, weil es überall Driftboards gibt. Dann gibt's den Limited-Time-Mode Catch, den haben wir heute schon ausprobiert. Den finde ich nicht wirklich prickelnd. Also, ich komme mit den ganzen Granaten und so weiter ganz gut zurecht, aber es ist nicht so super, wie es eigentlich zu erwarten war. Also, mit den Driftboards bauen ist damit natürlich nicht möglich. Du kannst aber looten und kannst deine Freunde hochheilen, ohne von dem Teil runtersteigen zu müssen. Das Ding ist wirklich nice. Also, ja, da hatte ich ja gestern euch von diesem Event erzählt. Was ist gestern? Also, dieses Live-Event, wo sich die Eltern beschwert haben. Mega krass. Also, ja, Happy Games hat sich jetzt dazu auch offiziell geäußert. Und wir haben jetzt tatsächlich eine Klage eingereicht beim High Court in London. Ja, würde ich mal sagen, das wird teuer werden für diejenigen, die das gemacht haben. Gut, bleibt eigentlich auch nichts anderes übrig, als es so zu tun. Ich meine, auf der einen Seite sage ich ja, Copyright, 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 so eine Scheiße. In der Situation aber, so wie das Ganze da gelaufen ist, ey, wenn das durchgehen würde, dann würde ich kommende Woche auch irgendwo ein Event starten und würde mir da, keine Ahnung, 100k einfahren. So, also ohne, also, das ist unfassbar. Nee, also solche Sachen, das geht halt gar nicht. Das geht gar nicht. So, dann gehen wir mal in den heutigen Shop rein. Machen wir es mal relativ schnell. Die Skifahrer-Skins sind wieder zurück. Und jetzt gerade zu den Driftboards, finde ich passen die mega geil. Deswegen kriegen die von mir jetzt hier eigentlich durch die Bank fake alle 10 von 10. Finde die echt geil, jetzt aktuell. Und dann schauen wir doch mal in die Benotungen rein, die ihr diesen L-Teilen gebt. So, hier 4,4 von 5 für den Alpin Ace. 4,72 von 5 für den Alpin Ace. Ja, das hier ist Kanada. Ja, Kanada. 3,14 für China. 4,57 für Frankreich. 4,36 für Großbritannien. 4,29 für Deutschland. 3 für Korea. 3,36 für die USA. Ach so, dann sind wir bei den weiblichen auch schon. Komm, die gehen wir gerade auch durch. Da gebe ich hier die gleiche Note. Da haben wir 3 für den Mughul Master. 4,83 für Kanada. 4,33 für China. 4 für Frankreich. 3,5 für Großbritannien. 4,14 für Deutschland. Und 3,8 für Korea. Und nur 2,33 für die USA. So. Damit sind wir hier mit diesen Skifahrerskins auch schon durch. Einmal hier den Mughul Master und den Alpin Ace. Dann sind wir beim Maven angelangt. Und ja, ich finde den Maven jetzt nicht wirklich so toll. Muss ich echt sagen. So prickelnd finde ich das Ding nicht. Ich weiß, er ist ganz gut angekommen. Kriegt von mir 5 von 10, der Maven. Und da haben wir hier 4,43 von 5 bei 23 Votes. Und dann 45 Stream einlassen. So, dann haben wir hier dieses Rechenschieber-Dingster-Boomster. Und das weiß ich nicht. Kriegt von mir 4 von 10. Und hier haben wir 2,88 von 5 bei 8 Votes. Dann haben wir das Paperplane. Das finde ich mega geil, das Paperplane. Das kriegt von mir 10 von 10. Und da haben wir aktuell 4,57 von 5 bei 14 Votes. So, das ist hier echt geil. So, dann sind wir auch schon hier soweit durch. Dann sind wir bei den Magic Wings angelangt. Ja. Solche Magic Wings sind ja irgendwo ganz interessant. Da sind schon, kriegen von mir 7 von 10. Hier haben wir 4,32 von 5 bei 25 Votes. Dann haben wir die Disco-Diva. Die Disco-Diva, ja. Ich finde, die sieht eigentlich ganz schnuckelig aus irgendwo. Und wo, Disco-Diva kriegt von mir 5 von 10. Oder 6 von 10. 5 von 10. Ich gebe 6 von 10. Ich bin mal nicht so. Aber 4,38 von 5 bei 65 Votes. Den Infinite Depp finde ich jetzt nicht so. Wirklich krass. Er kriegt von mir 6 von 10. 6 von 10 für den Infinite Depp. Ja, heute bin ich ein bisschen strenger. 4,22 von 5 bei 50 Votes. 5,22 von 5,22 von 5,22 von 5,22 von 5,22 von 5,22. Da verriert der Smooth. Moves von mir. 10 von 10. Muss ich echt sagen. Ich finde den inzwischen echt richtig cool. So. Was haben wir da? 4,8 von 5 bei 41 Votes. 328 Reminders. Der passt ja jetzt natürlich auch noch weg, ne? Also. 7 von 10 für den Ski-Boot. Und da haben wir aktuell 4 von 5 bei 10 Votes. Dann haben wir halt Skorpion. Skorpion natürlich perfekt für Paradise-Spieler. für die Wüstenlandschaft. Für die Wüstenlandschaft. So. Da kriegt er von mir eine Skorpion. 6 von 10. Oder 7 von 10. Kommt irgendwie. Ja. 7 von 10. 6 von 10. 6 von 10. So. Und da haben wir 4,57 von 5 bei 44 Votes. 117 Reminders. Ja, wenn euch das heutige Video gefallen hat, dann wünsche ich mich natürlich riesig bei einem Traum nach oben. Freund, schreibt mir mal was in die Kommentare. Abonniert den Kanal. Schreibt es uns bei allen, wenn es wieder heißt. Vorneitend. Denny Shop News mit mir, wenn gleich auch rein was gut ist. Und tschüss.